Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute soll sich mal wiederum etwas analoges drehen. Ihr wisst ja, der Rivey, der hinter der Kamera steht und ich, fotografieren ganz gerne mal auch Filme. Dabei gibt es ganz viele unterschiedliche Arten von Filmen. Es gibt normalen 35mm Film, es gibt Schmalfilm, es gibt Mittelformat Film, es gibt Großformat Sheet Film, es gibt 120 Film, das ist dasselbe wie Mittelformat Film, es gibt Motion Picture Film und es gibt Instant Film. Und genau darum soll es sich heute drehen. Und zwar nicht um die moderne Variante, sondern um die Oldschool Variante. Das hier ist eine Polaroid Sonar Autofocus 5000, hat glaube ich auch irgendwo noch einen anderen Namen, in den USA oder so. Ihr seht, sieht deutlich anders aus als normale Kameras. Ihr kennt die normalen Polaroids wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Das ist aber eine Vintage Polaroid SX70 Kamera. Das ist nicht die SX70 selber, aber die hier nimmt SX70 Film. Ihr seht schon, die geht hier so auf, also da kommt der unglaublich große Film rein und... Hier, Film Polaroid SX70. Das Ding hier, dieses Riesengitter, das ist so eine Art Kombination aus Lautsprecher und Mikrofon für den Autofocus. Das ist nämlich halt, wie der Name schon sagt, so ein Nasasystem. Also sehr abenteuerlich für heutzutage, für heutige Verhältnisse. Dieser kleine Knopf hier ist für die Belichtungskorrektur, damit man entweder ein bisschen überbelichten oder ein bisschen unterbelichten kann. Wofür der Knopf ist, weiß ich gar nicht. Man kann automatisch oder manuell fokussieren. Ich bleibe mal sicherheitshalber bei manuellem Fokus, nur damit... Nur sicherheitshalber. Und hier ist der Viewfinder. Und wenn man da mal durchsieht, dann sieht man schon, das ist ein quadratisches Format. Und von daher ist das ein bisschen mal was ganz anderes. Polaroid Black & White, also schwarz-weiß SX70 Film. Gibt es im Laden zu kaufen, habe ich jetzt von Saturn. Fotos entwickeln sich in 5-10 Minuten und am besten wird es im Kühlschrank gelagert, von wo ich das Ganze auch gerade geholt habe. Und ich würde sagen, wir tun das einfach mal da rein. Geht das... Warte mal Leute, ich habe jetzt so offen, geht das so rum rein? Irgendwie geht das glaube ich so rum rein. Irgendwie auch nicht so ganz. Okay, es geht rein. Muss ja so richtig ganz da rein? Ja gut, die Tür drückt dir doch eh ganz da rein, oder? Ja, das sollte so sein. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze jetzt zu. Da sind auch Batterien drin, also hoffe ich, dass das Ganze funktioniert. Muss das erst aufgebrochen werden? Ich mache es zu. Okay, es geht zu. Was? Was machst du da? Okay, aber es scheint zu funktionieren. Polaroid Originals, a.k.a. The Impossible Project. Offenbar geht sie. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu shooten. So, wir haben die Kamera jetzt einmal ausprobiert. Ich hatte sie schon einmal wohin mitgenommen, und zwar nach Bremen. Mit dem Manuel war ich ja da, aber ich habe leider herausgefunden, dass das hier funktioniert schon mal. Auch diese LED, könnt ihr sie sehen, funktioniert. Aber wenn ich abdrücke, passiert das hier. Ich lasse es gedrückt. Passiert nichts. Das heißt, die Film-Cartage muss wohl oder übel raus. Habe ich 15 oder 19 Euro, glaube ich, sogar umsonst ausgegeben. 19 Euro ist übrigens mehr, als was ich für diese Kamera hier bezahlt habe, was schon echt traurig ist. Aber okay, wir müssen das Ganze jetzt leider öffnen und diesen Film exposen. Was ich so schade finde, aber geht ja nicht anders. So, nun hoffe ich aber mal, dass dieses Film-Sheet das alles andere schützt. Also alle anderen Film-Sheets schützt. Oder wir haben es einfach falsch eingelegt. Wenn wir es nämlich falsch eingelegt haben, dann ist es schon traurig. Anscheinend ist es da oben drin wohl ein Arm, den man reparieren muss. Und ja, daran werden wir uns jetzt wohl machen. Update zu ungefähr 5 Minuten später oder 10 Minuten. Unter diesem Rucksack hier liegt gerade ein Film-Frame, der allerdings, von dem wir schon wussten, dass er nichts werden würde. Und wir haben hier drauf gesehen, Fotos develop in 5-10 Minutes. Wird jetzt nichts, weil dieser Film-Frame schon dutzende Male belichtet wurde. Was heißt, er wird jetzt komplett überbelichtet sein. Dieser Film-Frame ist wrecked. Er ist da einfach als blaues Ding mit weißem Rand rausgekommen. Momentan sieht er so aus. Ich muss sagen, es hat schon was. Es ist auch nicht nass oder so. Auch wenn es immer so ziemlich nass aussieht, es ist nicht nass. Ich tue es mal hier drunter, mal gucken, was passiert. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen kleinen Test-Shot vom Rivey. Soll ich es auch leitender Daten stellen? Ich stelle es mal einfach hier, ich stelle es mal einfach genau hier drauf. Und 3, 2, 1. Das geht immer noch nicht. Wenn ich es auf manuell stelle, passiert wieder nur das. Also wir haben es noch nicht gefixt. Es wird wohl immer ein Frame einfach ausgespuckt. Ausgedruckt kann man ja nicht sagen. Aber wenn wir das da rausholen, dann wird das Ding ja eh nochmal exposed. Wir haben also noch einen weiteren Frame zerstört. Aber egal Leute, dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns nochmal um die Reparatur. Aber interessant ist, es wird auf jeden Fall immer ein Frame ausgespuckt, wenn man das Ganze da reintut. Wie beim Dark Slide halt auch. Oder bei der Dark Slide. 20 Minuten später. Gute Nachricht, wir haben den Pick Arm repariert. Schlechte Nachricht, das sind unsere bisherigen Ergebnisse. Drei Fotos sind komplett überbelichtet. Ein anderes Foto wurde wohl überhaupt nicht belichtet. Und bei einem weiteren ist es schätzungsweise so, dass hier irgendwie eine Chemikalie nicht richtig ausgebreitet wurde. Und von daher nur halb belichtet ist, aber sowieso Out of Focus ist. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung von diesen Kameras. Ja Leute, es gibt auch etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Fünf von acht Bildern haben wir mittlerweile verschossen. Ich stelle mal hier ein bisschen auf überbelichten. So zwei Stück reicht das, ja. Würde ich sagen, oder? Diesmal wird auch manuell fokussiert. Und es wird schon wieder vom Rivey ein Foto gemacht. 1,2 Meter, ja so weit ist das ungefähr, oder? Und. Zack. Es ist belichtet. So, es ist blau. Schnell verstecken das Ding. Schnell verstecken hier unter den Rucksack. Oder Leute, nee, wartet mal. Wir tun es. In unserer Arschtasche hier. Das macht man nämlich normalerweise so. Und ich würde sagen, ja, dann warten wir mal, bis sich dieses Foto entwickelt hat. Und ich hoffe, es ist was geworden. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber das Foto ist entwickelt. Und hier ist es. Es ist ziemlich unterbelichtet, obwohl ich auf zwei Stops oder so überbelichtet habe. Ich weiß nicht genau, ob es Stops oder Drittelstops sind, aber ihr seht, es ist 160 ASA-Film. Also, ASA ist ja dasselbe wie ISO. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und das ist für Indoor nicht ganz so gut geeignet. Ich hätte also komplett überbelichten müssen. Und, äh, ja. Dann haben wir auch schon wieder nur noch zwei Bilder übrig. Jedenfalls haben wir jetzt herausgefunden, warum der eine Filmframe vom Jakob überbelichtet war. Und das ist eigentlich auch ziemlich logisch. Es war nämlich folgendermaßen. Wir haben uns etwas mehr über diese Kamera informiert. Diese Kamera hier hat ein 103mm Objektiv, jetzt habe ich auf Autofokus gestellt, mit einer Offenblende von f9.5. Ihr müsst euch das so vorstellen. 103mm, wenn ihr das mit einer Standard-DSLR vergleicht, dann ist da, dann mag das ziemlich telemäßig klingen. Aber es ist Weitwinkel, was am Filmformat liegt. Das hier, dieses Bild hier, ist ein Standard 35mm Filmframe. So groß ist das. So ein Format haben unter anderem auch heute noch die Profikameras. Aber das hier ist ein Polaroid-Frame. Und ihr seht wahrscheinlich instant, so viel größer ist dieser Frame. Das heißt, man muss das Licht viel stärker, man muss viel mehr Licht auf einen Punkt fokussieren. Man muss, äh, ja, damit irgendetwas im Fokus ist, muss man einfach eine viel kleinere Blende haben. Was halt den Nachteil hat, dass weniger Licht reinkommt. F-Stops, für die Leute, die es nicht wissen, werden so errechnet, dass man quasi sagt, die Brennweite durch 9.5 ist quasi die Blendenöffnung in Millimeter. Wenn man jetzt aber das Ganze in T-Stops berechnen würde, das sind das, was die Filmmaker bzw. die Kinematografen dann machen, dann würde es ungefähr T10 sein, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Das sind dann quasi die T-Stops, das heißt, wie viel Licht wirklich durchkommt. Und das würde dann heißen, das Licht, was durchkommt, wird durch 10 geteilt. Also es kommt sehr wenig Licht durch. Zusätzlich dazu aber noch ist dieser Film hier, also ihr habt ihn ja gerade schon gesehen, ist dieser Film hier, 160 ISO-Film. Das ist gerade so über der niedrigsten Einstellung, die moderne Digitalkameras haben. Das heißt, es ist außerdem noch sehr niedrig empfindlicher Film. Und damit hier drinnen Fotos zu machen, das heißt dann natürlich, erstens ist es extrem unterbildlich und zweitens ist es extrem verwackelt, weswegen das Ganze auch so unscharf aussah. Wir haben jetzt noch zwei Frames und ich würde sagen, Jakob, bist du bereit, bei der Hitze rauszugehen? Ja. Echt? Ja, ich nicht. Kommt, Leute, wir machen es. Gebt einen Daumen hoch dafür. Wir machen es nämlich nicht für die Klicks. Ihr habt schon auf dieses Video geklickt. Wir sehen uns draußen wieder. So, für den ersten dieser zwei Frames sind wir jetzt in die Innenstadt gegangen. Und da habe ich jetzt gemacht, mache ich manchmal noch ein Bild vom Jakob. Ne? Man sieht dich, alles gut. Und da habe ich gedacht, machen wir das einfach hier drauf. Ich gehe mal hier, ich gehe mal hier nach unten. Guck auch, dass niemand hier vorbeifährt. Und guck dann hier mal. Kann ich ein bisschen weiter nach vorne kommen? Jakob, das Model. Oh, ist heiß? Junge, Alter. Diese Leute, die immer rupen, ne? Was ist euer Problem? Was ist euer Problem? Ich stelle mal hier eins auf unterbelichten. Es ist doch schon sehr hell, auch wenn er im Schatten sitzt. Aber noch warten. Und... Warte mal. Warte kurz. Akku ist nicht alle. Sieht aus, als wäre ein weiteres Problem. Das ist auch natürlich jetzt super, dass wir gerade jetzt ein weiteres Problem haben. Und zwar, dass der Shutter einfach nicht funktionieren will. Jetzt will noch nicht mal der Shutter funktionieren. Leute, was ist das bitte? So, ihr habt es gerade gesehen, was uns da passiert ist. Und zwar, ich habe es versucht, ja? Was noch funktioniert bei dieser Kamera, ist erstmal diese LED hier. In dem Sucher ist nämlich hier so eine LED. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber so ganz leicht läutet die auf in diesem Licht hier. Aber ihr seht schon, ich drücke den Shutter runter. Hier. Es passiert nichts. Was auch noch funktioniert, ist das Umstellen von manuell auf Autofokus. Hört ihr vielleicht? Ja, aber sonst klappt nichts. Und von daher vermuten wir einfach, dass die Batterie alle ist, weil wir vorher so gefällt haben in der Sache. Und ja, das heißt, ich habe jetzt 15 Euro für ein einziges Foto ausgegeben. Und das Foto habe ich dann Jakob gegeben. Aber Leute, ich gebe dieses Projekt nicht auf, weil ich vermute einfach, dass diese Filmpacks nicht auf Backup ausgelegt sind, sondern einfach nur darauf, dass die Kamera funktionieren kann auch und darauf, dass sie einfach die Fotos macht und dann ist gut. Aber jetzt haben wir halt den ganzen Strom schon, oder beziehungsweise eher die ganze Energie schon verschwendet für die ganzen Belichtungen vorher, die dann ein Fail waren, wo das Ganze nicht ausgedruckt wurde. Und das kann dann natürlich nicht funktionieren. Von daher, ja, ein Foto. Da müssen wir uns jetzt begnügen. Ich werde das aber nicht fallen lassen, dieses Projekt. Ich werde das nochmal probieren mit einem neuen Filmpack. Und dann wird das aber funktionieren. Aber für den Moment passiert das hier. Ich drücke es runter, so doll es geht. Hier wirklich, bis auf Anschlag, es geht nicht. Das heißt, die Batterie ist wohl tatsächlich leer. Und ja, das Ganze war wohl ein Fail. Das war es aber jetzt für dieses Video. Ich würde sagen, es war ein Fail. Ja, Fails passieren auch mal. Und ich denke aber, mit dem nächsten Filmpack, das ich dann nehmen würde, oder werde, wird es dann funktionieren. Schaut auf jeden Fall bei Jakob vorbei. Da kommen auf jeden Fall, zumindest auf seinem englischen Kanal, auch ähnliche Sachen. Und wir drehen auf jeden Fall gleich noch für sein Video vorbei. Äh, vorbei? Was labere ich eigentlich? Wir drehen auf jeden Fall auch noch gleich für sein Video. Und würde ich auch mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Uh, ciao! Ton läuft. Ja, Kamera läuft auch. Hat man gesehen? Video läuft auch. Super. Hat man gesehen, oder?